so halli hallöchen handsome peter hier willkommen ach so das war die feier das billy idol konzert willkommen zurück zu let's play elex 2 in diesem party klatschen wir fahrt drachen aber echsen und libellen oder gott das wäre fast blöd ausgegangen das ist nur ein reisender händler aber trotzdem kein grund wahllos leute zu töten ich höre ein tier eine bestie möglicherweise kriegsbogen und drei handgranaten dabei immer gern gesehen und auch hier so ein umgekippter wagen liegen auch sehr viele auf der welt rum also 23 kann ich verstehen aber quasi überall ist ein umgekippter wagen so gib mal deinen loot pedern und so stuff nice 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 das bräuchte noch beim berg irgendwie so ein teleporter hier war die fall mission so so gold aber doch gold gold gibt's vielleicht eine geheime höhe hinter dem wasserfall nein das sieht sehr wandelig aus oh ein pürscher nächstes locker oh boy ah zu viele stürmbarane halt blut blut ok ja ohne jetpack wenn die viecher ist so scheiße aber mit heißt einfach nur links gespannen und damit einfach als bodenkampf also immer her damit mit weiteren von den fischern ab hier warte mal kannst du ressourcen aufladen auch noch mal einer ach ja ah ich dachte das nächste wäre so wirklich auf dem baum schädel wird als trophäe erreicht geil wie die leichen hier rumliegen lecker ja aber hier hat es echt keinen schnellreise punkt gar nix jetzt ein bisschen scheiße tatsächlich es hat noch vier random gegner da bei der anlage können sind warte waren wir bei der schon glaube ich glaube nicht da kann es was geben man die panzer schrecken nicht aus ne panzergrille hießen die damals richtig ach nö ach nö oh blakar kommt auch noch aus dem nichts scheiße er ist besser im schnelleren angriff da also wenn ich schon ein paar gegner rumstreuen dann die nehmen wir alle mit ah hier sind wir mal vorbeigegangen jetzt läuft der händler hier rum du bist ja doch nicht so blöd ich bin tatsächlich wirklich nicht so blöd nicht immer und gut interessiert mich das geschäft wenn du wieder mal was brauchst ja war wirklich ein gutes geschäft ey also mein kein geld gegen deine keine ware bester deal da ist tatsächlich ein teleporter dann aktivieren wir den mal und dann können wir das bei gelegenheit wann anders erkunden oder sollen wir jetzt einfach wieder konnte ich es vergessen da würde ich es vergessen da würde ich es vergessen das ist schon ein großer komplex aber dementsprechend halt auch wahrscheinlich total über wird das ist schon unglaublich wie du wirst du ich hätte schon eigentlich bock aufs erkunden umgebungsanalyse ja sag mal was crony das hier ist nur eine alte Ruine mach dir nicht immer so viele Sorgen negativ was habe ich gerade gesagt da oben ist eine Kammer wäre auch cool wenn man so Saves und Tresore mit der Brille vorheben könnte aber schwere Schloss endlich mal wieder so dann kommen jetzt Schlösser knacken wir haben ja 50 Dietrich also volle Kanne durch oh volle Kanne durch für ein schweres Schloss erstaunlich beschissene Beute das war jetzt der große Hangar 10 Sperre 20 Pfeile da oben was nein Setser Brot nehmen wir noch mit lecker Pilz ein Elex Trank oh nice nice davon müssen wir leider echt später wahrscheinlich extrem viele Attributs Tränke herstellen irgendwann sind die Lernpunkte nämlich egal ach und ich lasse mich hier ein bisschen ablenken wobei das jetzt eigentlich echt so ein Gebiet ist dass man offscreen was es denn erkunden können könnte und sollte oh level up das kam unerwartet schnell über 26 dann heißt es auf Konstitution böllern fast aufs nächste level up freue ich mich weil dann können wir nochmal gut mit der Ausdauer was anstellen was haben wir hier in einem Becher dunkles Elex treibstoff nochmal oh da gab es hier zwei treibstoff Dinger und irgendjemand hat sein Knoblauchbrot nicht aufgewessen warte dann regnet es morgen einfach ich vermisse noch ein paar Leichen oh geht doch geht doch Titanbecher der Becher für den Titan haben wir noch mehr Schrott achso na also wer sagt's denn na also 1000 Elexid oh boy zwei Trank was war da drin ach du scheiße wir haben alle Trankrezepte diesmal okay gut vereister Schlüssel okay kleiner Elex Trank zwei Trank des Kriegers einfach Stärke 83 heftig aber gut okay die von mir aus jetzt gesehen linke Seite des Komplexes haben wir machen wir im nächsten Part die rechte Seite zu